Als Kind fand ich einen verwaisten Wolfswelpen im Wald hinter unserer Farm. Ich dachte, wenn ich Regeln und Grenzen festlegen könnte, könnte ich die Ruhekraft dieser Bestien nutzen. Einige Monate später bei der Jagd, fiel der junge Wolf mich an. Wir beheben jetzt den Schaden, den die Avengers damals angerichtet haben. Inhumans sind krank. Unbegrenzte Macht ist gefährlich. Sie ist tödlich. Du hast Glück, dass du noch lebst. Komm schon, Kamala. Lass dir von AIM helfen. Danke, ich verzichte. Was ist, wenn die Avengers reingelegt wurden? Ich denke, sie sollten es sich selbst ansehen. Könnte Mr. Stark uns nicht helfen? Hi, tut mir leid. Wer bist du? Äh, Kamala. Wehe, die sind nicht gut. Er hat Cap dort im Reaktor eingesperrt und wollte dann die Chimera entführen. Oh, verdammt. Habt ihr alle komplett den Verstand verloren? Moment, wo warst du denn, als die Welt vor die Hunde ging? Es ist unsere Schuld. Unsere aller. Denkst du wirklich, die Welt wäre besser ohne uns? Ja. Das war schon immer dein Problem. Du fließt vor dir selbst. Vor dem, was du bist. Ich warne dich. Das ist genau das, was Tarzan will. Ihr erhebt euch gegen die Unaufhaltsamkeit des Fortschritts-Avengers. Ich werde Superkräfte ausrotten, selbst wenn es mit mir endet. Es wird echt immer schräger. Es wird echt immer schräger.